Hallo, ich bin Markus von Roots of Change. Das folgende ist eine von mir genehmigte Video-Übersetzung von AudioDub. Genieße es! Das ist ein Messer. Ein paar interessante Tage hier. Nicht letzte Nacht, aber in der Nacht davor las ich dieses Buch Affe. Und plötzlich hörte ich ein Schmatzen und ein großer fliegender Fisch schlug von der Seite des Bootes und fing an, an Deck herum zu flattern. Und ich beeilte mich und stand aus dem Bett auf und kletterte nach draußen. Und ich sah, dass es ein großer, saftiger, schön aussehender fliegender Fisch war. Und ich dachte, den würde ich gerne essen. Ich habe seit dem Thunfisch vor langer Zeit keinen Fisch mehr gegessen. Ich weiß es nicht. Ich sah es an, sah seine Augen an und entschied mich einfach, es loszulassen und es zurück ins Meer zu werfen und ging dann zurück, ging zurück ins Bett und nahm das Buch, das ich im Bett las. Gleich der nächste Absatz. Es wird beschrieben, wie Fischer einen Fisch gebracht hatten, zu diesem Herrn, und es waren zwei lebende Clarks mit wirklich glänzend aussehenden Augen, hellen Augen. Und er schaute sie an und sah, dass es etwas Besonderes an diesen Fischen gab. Und er beschloss, sie zurück in den Fluss zu bringen. Ein paar Tage später, eine Woche später, versuchen die Leute, die hier mitreisen, ihn zu ermorden und zu töten und sie werfen ihn in den Fluss, um ihn zu ertränken. Vorletzte Nacht habe ich dieses Buch gelesen, und plötzlich hörte ich ein Schmatzen, als ein großer Fisch auf dem Boot landete und anfing, herum zu flattern. Ich kletterte nach draußen und sah einen großen, saftigen, fliegenden Fisch, und ich dachte, den will ich essen, ich habe schon lange keinen Fisch mehr gegessen. Letzte Nacht stehe ich auf, um nach dem Rechten zu sehen, den Kurs zu überprüfen, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist und ich höre ein, Sping. Ich denke, oh nein, was war das? Etwas ist gerade kaputt gegangen. Ich konnte es nicht herausfinden, und schließlich fand ich heraus, dass es im Inneren war. Einer der Windfahnenblöcke, wie die Rolidinger, hatte sich losgerissen und war gebrochen. Und ich musste eine Lösung finden. Wenn ich die Lichter sehen könnte, würde ich sagen, wow, das ist ziemlich nah. Es sah so aus, als wären wir fast auf Kollisionskurs. Schließlich rief ich ihn an und sagte, hey, siehst du mich auf dem Gang? Und er sagte, ja, ich ändere jetzt gerade meinen Kurs. Du kannst auf deinem Kurs bleiben. Irgendwann rief ich ihn zurück, denn ich war wirklich neugierig. Wo kommst du her? Wohin gehst du? Was transportierst du? Er kommt aus Australien und transportiert Kohle nach Japan. Und ich erkannte, dass, wenn das Ding nicht eingeknickt wäre und ich meinen Kurs nicht geändert hätte, dann wäre das Schiff früher auf das Grundstück zugefahren und hätte mich möglicherweise überfahren. Vielleicht war das also der Drachenkönig, der mich gerettet hat. Dann stand ich heute zufällig auf dem Heck des Bootes und ich weiß nicht, warum ich das tat, vielleicht, um mich zu strecken oder so. Ich schaute hinunter ins Wasser und sah dieses große dunkle Ding. Was? Was ist das? Was ist das? Und dann realisierte ich, dass es ein Wal war und er zeigte seine Flosse und ich segelte. An diesem Punkt segelte ich weiter und dann tat er es schließlich, schwamm herum, drehte sich um. Da ist ein Wal, der mich verfolgt. Hallo. Es gibt noch mehr Lebewesen und Fische und Wale um das Boot herum, die ich nie sehe, weil ich nicht in das Wasser um das Boot herum schaue, weil das Wasser immer so kappelig ist. Heute bekam ich eine SMS von meinem Schwager, in der stand, dass es in der Nähe der Küste von Papua Neuginea ein Erdbeben gab und es für die nächsten drei Stunden eine Tsunami-Warnung für meine Gegend gibt. Heute bekam ich eine SMS von meinem Schwager, in der er mir mitteilte, dass es vor der Küste von Papua Neuginea ein punktuelles Erdbeben gab und dass es für die nächsten drei Stunden eine Tsunami-Warnung für meine Gegend gibt, die wahrscheinlich bald zu Ende geht. Ich glaube nicht, dass ich mir Sorgen um einen Tsunami in der Mitte des Ozeans machen muss, denn ich denke, es ist nur eine sehr langsame Art von Anstieg und Fall. Ich könnte möglicherweise einige interessante Wellen erzeugen, die mit den anderen Wellen interagieren, aber mein Bein ist geheilt, ich habe keine Vibrio-Infektion mehr, soweit ich weiß, obwohl ich einen seltsamen Schmerz in meinem Fuß bekomme. Das ist so gut wie geheilt. Der Schorf an diesem Schnitt ist nach etwa einem Monat endlich abgefallen. Das war ein epischer Schnitt. Ziemlich krass. Ich dachte, ich würde ein Glied verlieren. Das werde ich nicht tun. Ich werde kein Glied verlieren. Ich werde kein Glied verlieren. Zumindest hoffe ich das. Bis jetzt bin ich sicher, gesund und nur noch ein paar Tage von Palau entfernt. Mein Wetterfrosch Onshore Dylan ließ mich wissen, dass ich mit ziemlich starkem Wind und hohem Wellengang rechnen muss, wenn ich in Palau ankomme. Wir werden also sehen, vielleicht schleiche ich mich rein, bevor sie kommen. Wenn nicht, könnte es eine ziemlich interessante Einfahrt nach Palau werden. Nun auf sich betrifft. Josuerts Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe nicht wirklich vor, in diesen Eingang vorzudringen, denn es ist ein ziemlich enger Riffpass, der sich über eine ganze Strecke erstreckt. Also muss ich ein paar ziemlich geschickte Manöver mit dem Segel abziehen. Ich wendete meinen Weg durch das Riff und segelte bis zu einem Betondock, um Zoll, Einwanderung und Quarantäne zu klären, und segelte dann in eine geschützte Bucht und fand einen mehr Involvierten. Meine fleischfressenden Bakterien kehrten an meinem Kopf und bis zurück, gerade rechtzeitig, als Julia eintraf und mich wieder gesund pflegte. Sie wurde auch vorübergehend Kapitän der Deutsche, während ich in einige enge Anchorage paddelte, wo wir die Unterwasserwelt erkundeten. Musik 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 Als geborener Kapitän wollte Julia mit mir zu den Philippinen segeln, aber das Wetter änderte ihren Kurs. Musik Mal sehen, wer sich mir als nächstes anschließt, in der nächsten Folge. Musik 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 Musik